Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Hallo, Lag. Mal wieder. Ich weiß nicht, DVD hat in letzter Zeit öfter mal so ein paar Lags. Also meist am Anfang, das legt sich dann, aber gut. Hallo, Nancy. Laufen einfach mal. Wie langsam man eigentlich unterwegs ist, wenn man läuft. Oh, die andere Cheryl wurde schon erwischt. Ich weiß nicht, es ist ja tatsächlich ein Ghostface. Aber wir haben, glaube ich, kein Mori dabei, wenn ich gerade richtig aufgepasst habe. Weil, ne? Mori me. Mori me Ghostface wird gerade gejagt. Ich habe immer das Gefühl, sobald ich aufnehme, spreche ich englische Wörter ganz komisch aus. Als ob ich plötzlich verlernt habe, ordentliches Englisch zu reden. Vielleicht bin ich einfach zu nervös. Vielleicht macht ihr mich einfach zu... Ich bin zu aufgeregt. Und dann kann ich plötzlich kein Englisch mehr. Was haben wir denn hier überhaupt für einen Killer? Das muss ich erst mal gucken. Eine Hexe? Aber die war so schnell raus... Oh! Ich weiß, was du hier... Was du hier machst. Ja, das war doof. Wir haben dort ein leuchtendes Totem. Aufgezerrte Hoffnung. Hier ist noch ein Totem. Wasted. Sie geht weg. Dann gehen wir an das Totem. Scheiß drauf. Will nicht rennen, wenn hier eine Falle liegt. Danke. Äh. Das scheint ihm egal. Aber er tankt für mich. Sollte sie jetzt herkommen. So. Du willst einfach nur heilen. Ich dachte, du bist ein ehrenvoller Bill und wolltest einfach tanken. Aber wir sind immer noch verflucht. Was haben wir denn für einen Fluch? Irgendwas habe ich nicht mitbekommen. Haben wir das Wiegenlied oder sowas? Oder das dritte Siegel? Weil wir haben ein Auge darunter. Wir sehen die Auren der anderen nicht, oder? Ich weiß, die Hexe hat ein Fluch-Totem. Das dritte Siegel. Aber ich weiß bis heute nicht, was das macht. Ich merke mir das einfach nicht. Ja, wir sehen die Auren nicht. Hier, es muss also noch ein brennendes Totem geben. Wir ziehen durch. Alles gut. Alles gut. Sie folgt Bill. Das dritte Siegel ist schon böse, weil wir sehen reinstrittisch nicht mal, wo die Leute hängen. Deswegen, es wäre gut, wenn wir das Totem finden. Ich schau mal. Gerade gegen Ende wird es halt schwierig dann, ne? Ich befürchte... Ich weiß, ich sehe immer alles so negativ. Aber ich befürchte, ich hänge am Ende. Und die wissen einfach nicht, wo ich hänge. Und deswegen retten die nicht. Aha. Oh, hat sie noch unsterblich dabei? Wir gucken mal, ob das gleich weggeht. Oder ob sie... Vielleicht hat sie noch tatsächlich aufgezerrt. Hoffnungen, Ruinen oder... Irgendwas anderes dabei gehabt. Sehr gut. Das dritte Siegel ist weg. Oh, sie kommt. Bill ist gerettet. Gehen wir an den Jen. Legt die keine Fallen eigentlich? Ich habe bisher noch nichts ausgelöst. Und ich habe auch sonst... Also, ich habe sie noch nie wegporten sehen. Er wird gejagt. Dahinten ist an der Scheck. Sie ist nicht mehr an der Scheck, oder? Habe ich nicht aufgepasst? Ist sie irgendwie weggegangen? Und ich... Habe es nicht gesehen. Aber der Jen geht an. Jetzt. Gleich. Jetzt ist die Frage... Die sich immer stellt... Kriegen wir Nöd ab? Die Ausgänge liegen gut. Für uns. Ich glaube, kein Nöd. Es würde doch sonst trotzdem dastehen. drüben ist auf. Ich habe geliehene Zeit. Ennen. Den Sie. Oh, oh. Ich kann sie nicht retten. Warum hat sie aufgehört zu kämpfen? Niemals aufhören zu kämpfen, wenn du noch nicht ganz runter bist vom Haken. Sie will mich grabbeln. Ich bin so sorry, Nancy. Verdammt! Geh raus, Nancy. Geh. Ich kann keinen Fluchtversuch unternehmen. Ich kann keinen Fluchtversuch unternehmen. Das ist voll unge... Das ist gemein. Was ist das denn? Ich kann nichts machen. Nichts. Was soll das? Dbd ist halt so gar nicht kaputt oder so. Mal sehen, was jetzt passiert, wenn ich kämpfen muss. Ach so. Kann ich kämpfen? Ich drücke C. Okay, ich kann kämpfen, obwohl nicht da steht, dass ich kämpfen kann. Hallo Dbd. Hallo Dbd. Fix dich mal. Ich wette, die haben mich ganz normal gesehen und Nancy wird sich fragen, warum ich denn zur Hölle nicht vom Haken gesprungen bin. Ich höre jetzt mal auf, C zu kämpfen. Mal sehen, was passiert. Ach nee, ich höre nicht auf. Man, sie schiebt mich halt immer weiter gegen den Baum. Was ist das denn? Renn raus, Nancy. Jetzt bin ich plötzlich wieder am Haken. Okay. Okay. Cool Story, Bro. Cool. Was war das? Übrigens versucht sie auch ihre Adapt-Challenge. Was ist denn los? Alle versuchen ihre Adapt-Challenge. Aber what the heck? Was war das denn? Dbd. Alles cool. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was ich weiter dazu sagen soll. Deswegen verabschiede ich mich einfach aus der Runde. Und sage, Tschüssi. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Und ich hoffe, beim nächsten Mal gibt es nicht wieder so einen komischen Bug. Also was war das denn? What the hell? Macht's gut, ihr Lieben. Bleibt gesund. Kommt gut durch die Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüssi, tschüss. diferença Sm Birimare system, wir haben uns einen Begriff. Tschüssi, tschüss. fuckin смотрiej Dream.